Leidenschaft in Holz, seit über 100 Jahren. Herzlich willkommen. Willkommen im Hofdorf im Westerwald. Die Architektur folgt einem Stil der Klarheit. Hier kann man nachspüren, wie sich traditionsreiches Fachwerk in Holz und Glas avantgardistisch in die Zukunft fortschreibt. Wissen ist hier über Generationen gewachsen. Heute eine hochmoderne Produktion, dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet. Im Familienbetrieb Hofhaus ist jeder in seinem Bereich ein Fachmann. Alles greift ineinander. Für Ihr Zuhause. Wohnideen inspirieren. Entdecken Sie Ihren persönlichen Wohlfühlort. Nehmen Sie den Logenplatz im Schauspielhaus der Natur ein und spüren Sie Geborgenheit und Freiraum. Folgen Sie der Spur der Transparenz einer neuen Heimat, die sich Ihnen anpasst. Ein Hofhaus erleben heißt Heimat erleben. Ihr Traum ist unsere Leidenschaft. Wann darf ich Sie im Hofdorf begrüßen? Überzeugen Sie sich von der hohen Hofqualität. Willkommen zu Ihren Bezug auf Einfluss mit Getut. Wir können Sie die hohen Hofdorf. Wie geht das? Hier sehen Sie, was Sie in der Schauspieler Uhr. 20lig-Jose durable. 3-Wander. 2-Wander. 4-Wander. 2-Wander. 3-Wander. 4-Wander. 4-Wander. 5-Wander. 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 6-Wander. 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 Untertitelung des ZDF, 2020